Wir wollten euch nur hier mitteilen, dass wir am 18. August Evangelisation haben in Bonn, Bonn Zentrum, genauer Ort, das ist Poststraße in der Höhe von Karstadt. Wieso machen wir das? Weil das Evangelium uns sagt, wir sollen in die Nation gehen und das Wort verkünden, dass Leute getauft werden und dass sie die Lehre auch bekommen im Namen Jesus Christus. Das ist das Ziel, denn Jesus ist die einzige Wahrheit, Jesus ist die einzige Lösung, Jesus ist unsere einzige Hoffnung und das möchten wir auch den Leuten vorstellen und die Möglichkeit geben, Jesus kennenzulernen. Jeder, der die Zeit hat, jeder, der dem das im Herzen liegt, das Wort zu verkünden, ist herzlich eingeladen am 18. August ab 12 Uhr in Bonn, Bonn Zentrum, Poststraße in der Höhe von Karstadt, genau gegenüber von Karstadt. Seid gesegnet im Namen Jesus Christus. Amen. Amen.